hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video in dem video möchte ich euch zeigen wie man tomaten ganz einfach selber ziehen kann und zwar ohne tomatensamen oder fertige tomatenpflanzen zu kaufen sondern einfach nur eine ganz normale tomate und aus dieser tomate ist es möglich sich selber tomatenpflanzen zu ziehen die dann auch früchte tragen ich möchte euch jetzt zeigen in dem video wie das ganz einfach funktioniert ich werde die tomate dazu jetzt in zwei scheiben aufschneiden und diese dann einpflanzen ihr müsst ein bisschen aufpassen dass sie das so erwischt dass sie auch eine menge samen mit bekommt hier könnt ihr das sehen hier befinden sich die samen in der tomate drin ich schneide jetzt hier eine scheibe raus die kann so einen guten fingerdick sein zentimeter dick und hinterher noch eine zweite scheibe und ja was wir jetzt machen ist dass wir die samen in der tomatenscheibe drin lassen das ganze dient dann nämlich als nährstoffe und schon als ja boden für die neuen tomaten wir werden jetzt einfach diese tomatenscheiben in erde einpflanzen dazu habe ich hier einen topf mit blumenerde vorbereitet die blumenerde habe ich etwas feucht gemacht und wir legen jetzt hier die tomatenscheiben einfach in den topf rein und füllen das ganze nur noch ein bisschen mit erde auf so dass es einmal bedeckt ist so dass man die tomatenscheiben dann halt auch nicht mehr erkennen kann das reicht schon nun sprühen wir das noch mal ein bisschen an mit so einer sprühflasche hier damit die erde feucht ist und ich habe mir als standort einen hellen platz am fenster ausgesucht wo ich das ganze jetzt erst mal stehen lasse und ich denke so ein zwei wochen wird es dauern bis die tomatenpflanzen keimen ich würde sagen wir warten die zeit mal ab und schauen uns dann an wie es aussieht ja wie ihr sehen könnt hat die tomate gekeimt wir haben hier die ersten beiden triebe einmal hier links und einmal da rechts hier am rand das ganze hat jetzt anderthalb wochen gedauert das kommt von den zwei scheiben tomaten die ich da eingepflanzt habe einfach in der erde wie ihr seht klappt das also wunderbar die pflanze muss ich jetzt natürlich noch etwas wachsen lassen ich nehme man so drei vier vielleicht auch fünf wochen das kann ich jetzt nicht genau sagen da ich zum ersten mal ausprobiere das muss man gucken und wenn die pflanze halt dann kräftig genug ist kann ich sie auch raus im garten pflanzen und dann kann ich auch über diese tomaten pflanze neue tomaten ernten ja ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da abonniert mein kanal und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin ja